Herr Fraktionsvorsitzender Dr. Bartsch Herr Dubnitzki, Frau Kassdorff, Herr Philipp Fürste-Hohenlohe-Langenburg, Frau Dr. Saskia Fürstin zu Hohenlohe-Langenburg, Frau Ministerin Wallau und Herr Wallau, Frau Kassdorff, Frau Kassdorff, Herr Dr. Andreas Nielsen. Frau Kassdorff, Herr Bundestag. Herr Baumw Survunk Nordrhein-Fahrheit und Herr Pfarrer Quitterbetriebanken declariert. Herr Dr. Dulger und Frau Dulger, Frau Prof. Dr. Jutta Halmendinger und Herr Dr. Spitzlager, Herr Ministerialdirektor Dr. Spitzlager. Herr Dr. Spitzlager, Herr Dr. Spitzlager und Frau Helmi.